Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Dark Souls Remastered in der Schandstadt. Hier sind wir letztes Jahr mal grandios gestorben. Da war eine fucking Leiter und ich habe sie nicht gesehen. Diesmal habe ich diesen Speck-Wanst ausgeschaltet. Äh, Leiter? Da. Und ich habe mal ein paar Sachen gesorgt, wo ich dachte, ich komme da nicht ran. Äh, Moment. Moment mal. Was ist das? Was ist das denn für eine Zecke? Moment mal. Wie bist du hässlich? Ey, lass doch mein Bein los. Ihh. 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 Bis dahin, bitte. Blah. Ah, da geht's runter. Sieht sehr sumpfig hier aus. Ach, ja. Wieder so ein Robin Hood-Verschnitt. Wo sitzt der da drüben? Wie dürfte der mich eigentlich nicht treffen? Hm. Muss ich hingucken. Der Digga sitzt runter. Lila Moos-Tumpen. Geil. Ah, geht's auch noch was. Wandererausrüstung. Falkion. Oh. Schön, schön, schön. Schauen wir uns nachher mal. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? So, und ich werde heute noch, nur noch, äh, bis zum nächsten Leuchtfeuer spielen, weil ein anderes Projekt, ja, das, äh, ähm, es kommt noch, äh, wie, was läuft das dann noch? Ah, Battlefield und, äh, ja, toll, schön, schön, wie die Arschteigen da unten warten. Richtig sexy. Ey. Ja, ne? Ist klar. Äh, 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 äh. Kleine Scheiß für die Liege. Äh. das aber das ist gebraucht so krieg ich ihn auch war wie viele von den Widerlichen gibt es die noch. Ach, Karl. Ganz geil. Ey. Was ist denn hier kaputt? Obwohl die vertragen nicht viel. Moment, dann geh ich doch mal auf meinen... Äh, was? Scheiß Fliege! Äh. Okay. Komm, erst mal du. Oua! Scheiß Fliege! Da rollte sie von da. So, die sind auch schon mal weg. Ich hör doch wieder hier so ne Fliegesunde. Ich hör sie doch. Irgendwo hier. Ist ich da runter? Ich trau in diesem Spiel hier nix mehr. So, die sind auch schon mal ein bisschen rum. Gut mal. Unser übliches Hobby. Aber die Gegner, da fand ich die anderen jetzt ehrlich gesagt schrecklicher. die Tümmel. Die Tümmel. Die Tümmel. Aber ich hör überall da über mein Headset die ganze Zeit dieses Fliegen-Beräusch. Ah, hier kann ich hin. Ah! Scheiße. Das Zeug vergiftet. Ist das assi. Da kommen wir rüber. Das Zeug vergiftet. Wie scheiße ist das denn? Vielleicht muss ich hier... Moment. Wir hatten doch was. Haben wir was gegen Gift? Haben wir was gegen Gift? Verringert. Äh, Giftansammlung. Halt. Vergiftung. Ja. Das gefällt mir. Alles klar. Dann kann ich mir auch hier das... Äh, sehe ich den Moment. Halli, hallo. Was haben wir hier? Ganz geil. Das nächste Leuchtfeuer. Wir haben mich schon genügend sehen. Na, jetzt wolltest du mich aber verarschen, oder? Moment. Ähm. Ähm. Ja. Ui, die gibt es tausend. Ich dachte, es wäre nur eine kleine Fülle. Ja, ja, genau. Kondition. Ich würde auch gerne auf Vitalität gehen oder Beweglichkeit. Dann haben wir 19. Ja, komm, nehmen wir nochmal Vitalität. Vitalität ist auch immer gut. Ja, komm, nehmen wir nochmal Vitalität. Ja, genau. Noch mal entfachen. Ja. Danke. Danke, danke, danke. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ist hier hinten noch irgendwas? Das könnte eine Falle sein. Das könnte eine Falle sein. Oder irgendwie so ein Scheiß. Aber okay. Die Farbe ist so ungemütlich, ne? So, jetzt sind wir hier schon mal beim nächsten Leuchtfeuer. Das ist schon mal echt sexy. Ja, hilft ja, ich weiß. Halli, hallo mein Freund. Schön ist die Kunde, dass die Kombo von Enes ist ja gut. Vorher super. Sefa. Ja. feeling das City. Hast du ver危artement? Valez'vielfielfielfielfelu所以 in den letzten Level 4 hat lineup geklärt. Maybentlich. Was bist du denn? Du bist schon der Zweite, der mir begegnet. Aber anscheinend kannst du nicht viel. Ach, du hast so ein Schlachtermesser. Ey, schon tot? Darüber war er herter. 87.000! Und was noch? Schlachtermesser. Weil das sind ja nicht sexy. Moment, dann hauen wir uns nochmal die andere Seele rein. Waren wir so? Auch wir haben sogar hier Krieger genutzt. Ja, klar, warum nicht? Und dann erst mal fett leveln, das zu... Klar, warum nicht? Ah, der andere komische Vogel, aber wesentlich schwerer. So. Zauberei. Dann geben wir nochmal ein auf Stärke. Scheiße, ich kann nur ein geben. Ach man. Wenn ich die andere jetzt noch... Wenn ich die andere jetzt noch fresse, wie viel bringt mir die? Hier. Benutzen. Okay. Dann nehmen wir auch, du Schatz. Kondition ist auch gut. Wenn letztensает. Das gerne! Das geriert, das stärkt... Unser perfekte Schwert skaliert mit Stärke. 953 Was egal? Ach manowner. Da können wir mal unsere Werte ausruhen über Balance. Und da haben wir 108. Vitalität. Vitalität ist erstmal okay. Das geht direkt auch auf physisch. Schlag. Ne, das ist Resistenz. Beweglichkeit. Okay, ob ich jetzt Balance oder Stärke mache. Da kommt dasselbe hinaus. Ach komm. Weil wir es können. Das fand ich jetzt aber schon sehr strange. Dass hier nochmal so ein komischer Kerl angeschissen kommt. Ach, ihr seid ja auch wieder da. Na, kommst du? Mal ein bisschen umgucken hier. Wenn ich schon mal hier bin. Stehender. Stehender welchen mit Stein? Okay. So ist auch noch einer. Ich will aber mal hier lang. Mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Wo ist die hier runter? Ah, hier. Okay. Aua. Scheiß Fliege. Oder Mücke. Oder was du auch immer bist. Nein. Ich bräuchte hier eine Fliegenflatsche. Ich bräuchte hier eine Fliegenflatsche. Eindeutig. Und ich ruckte hier eine Fliegenflatsche. Wollte mir die Scheiße mal angucken. Da ist noch eine Höhe, okay. Ja, spielen wir doch mal ein bisschen länger als nur bis zum Leuchtenfeuer. So, hier geht's auch weiter. Ah! Okay, wir gehen erstmal die Leiter hoch. Das Leuchtenfeuer ist ja nicht weit weg zum Blut. Scheiße! Wie? Das soll doch gegen Gift sein! Hä? Soll stehe ich die Welt nicht mehr? Alter, das soll doch gegen Gift wirken. Oder ich will mich verlesen. Hä? Ist das? Ah, okay. Hä? Das soll doch gegen Gift wirken. Ach Gott. Nein! Scheiße! Nein! 6.000 oder 4.000, 7.000, 9.000, 10.000. AAAAAAHHHHH What? Was für ne Kacke? Oh Gott! Ey! Da krieg ich doch nen Fön! Ja hei! Tschüss! Ah, ich hab dich doch was hoffen! Kipptodum? Mann! Hallo, hier bin ich. Ich frage mich, warum das eine Moos gerade bei Gift geholfen hat und das andere jetzt hier wieder nicht. Muss ich das verstehen? Das ist halt auch so ein Scheißviecher. Ich will mich nur noch alles vergiften. Ja, erstmal gehe ich mir meine Seelen wiederholen. Nein, gibst doch. Falle ich da runter und werde direkt von so scheiß Kötern wieder attackiert. Naja, was willst du machen? Was willst du mit dem Ersten mit dem Erdreusdum? Wer wirklich ist? Die können immer wieder ein paar Leute antworten. Nein, 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 nein! Ja, genau! Kein Scheißer! Wie der Buch? ne mit dem ich jetzt nicht gut sein Aua, du schlägst Aua Verschwinde Aua Ach ja nö Bis klar Ah Gott Da wir müssen Die dürfen nicht echt null Null treffen Wir stehen aber auch so beschissen da Toll Ja Ja toll Genau Vergiftet mich Mein Laptop wird sich grad verabschieden Und dann war ich einen kurzen Moment unnachsam Aber Freunde Ich würde sagen, hier machen wir meinen kurzen Cut Ich hole mir nur noch meine Seelchen zurück Renn zum Bonfire Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Und wenn ihr noch richtig Lust habt Könnt ihr mal eine Videobewertung rufen Äh, Videobewertung In die Äh, in die Verlinkung gucken Da habe ich nur unseren Discord verlinkt Wenn ihr aber Bock habt, schaut einfach vorbei Und bis zum nächsten Mal Tschö Tschö Jawohl Genau